UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG PIZZTELUNG JEM Was sagst du, sagst du, sagst du, wie viel hast du hier? Nein, 32. Sagst du das? Ja, auf Ende war das auch gut. Ich glaube auch. Jeder Kumpel, der spielt uns wahrscheinlich eigentlich so. Ach so, wie schwierig, da kann man doch was machen. Aber das ist eigentlich so ein Lagen ist zwar keine Ake, aber das ist eigentlich auch geil. Das ist doch fest. Da hältst du auch immer auf deinen Kumpel. Der ist ja halt in deinem Café normal, ne? Ja. Aber das Prinzip in deinem Café kann es eigentlich ja rein, aber auch so immer. Dann würde die das ja machen. Ich denke, die haben die anderen Profile schon gemerkt, weil sie haben einen Blick früher. Ich denke, die haben schon gemerkt. Ich denke, die haben schon gemerkt. Wir spielen damit schon nie durch. Der muss jeden Charakter freispielen, um Hupen zu fliegen. Hupen ist der allerletzte, noch nach Seth, meine ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin einfach nur zu sein, oder? Hier aber nur zu sein, keine andere Charakter. Oh. Ihr müsst nicht mit alle anderen, sondern andere Charakter. Okay. Das ist das, was ich für die Arbeit. Nachdem ich in locket habe, sind wir tatsächlich fertig. Wir müssen dann herausfinden, wie zu unlocken Akuma. Ja! Es gibt sehr bestimmte Regeln, aber nachdem ist es schon fertig. Ich habe auch noch mit dem Loka. Ich habe mich auch noch mit dem Lockdown. Auf PS3 hatte ich sehr viel geklöi, weil ich immer Goking kregen. Ich dachte, es war bei Kuma. Ja, das habe ich auch hier. Daher habe ich mich auch noch mit dem Lockdown. Oh! Ja. Moderna ist diese aufgerät. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020